hallo und herzlich willkommen ihr lieben da draußen zu einer neuen folge vom podcast starke frauen ja ihr habt richtig eingeschaltet heute kommt der erste teil der vorstellung von uns beiden das ist wirklich sehr sehr besonders an meiner seite die wunderbare die tolle die großartige die wie immer gut gelaunte aber ich sehe auch eine leichte nervosität kim seidler hallo liebe kim wie geht es dir hallo liebe katrin du großherzige tollste schönste katrin jakos geht runter wie öl wie immer wir versuchen so ein bisschen über die nervosität zu kommen wie geht es dir ich bin super nervös richtig nervös ich glaube ich habe als wir uns entschieden hatten dass wir unsere community auch wirklich noch wir beide als als starke frauen oder dass wir als hosts uns mal präsentieren dachte ich erst so ja voll die gute idee und dann habe ich mich hingesetzt und angefangen so ein bisschen zu brainstormen und zu überlegen und bin aus dem schwitzen nicht mehr raus gekommen weil ja ich denke dann immer gott ich gehöre eigentlich gar nicht in die öffentlichkeit ich habe so eine verkorkste vergangenheit also ist nichts nichts wirklich dramatisch schlimmes passiert kein mord kein anschlag sowie bei rola el halabi aber trotzdem auch doch ein paar paar issues die ich auch lange bearbeiten musste und das dann doch in die öffentlichkeit zu stellen in einem podcast ist echt eine andere hausnummer also ich habe etwas angst aber ich habe auch festgestellt dass angst in meinem leben schon immer ein wichtiger motor war um mich weiterzuentwickeln so ich stelle mich jetzt hier mit meiner angst das also dafür schon mal hut ab und ich habe mich ja auch in der vorbereitung bis hier mit deiner geschichte geschichte beschäftigt und ja muss auch sagen ob man jetzt berühmt ist oder nicht aber die angst sich zu exponieren immerhin vor ein paar hundert leuten die diese folge vielleicht auch anhören ich kann nur sagen du bist ein ein wirklich tolles vorbild und das was du gerade beschrieben hast und auch wie man dich vielleicht nicht so wahrnimmt diese ambivalenz zwischen du bist schüchtern und wolltest das eigentlich nicht möchtest nicht so gern in die öffentlichkeit aber wenn man dich auf der bühne sieht was da so zum leuchten kommt und wie sehr du auf die bühne gehörst dass was da so zwischensteckt zwischen zweifeln und ich mache das jetzt einfach und dieses sehr sehr mutige das werden wir jetzt in den folgenden minuten stunden vielleicht wenn wir das auseinander dröseln aber bevor wir jetzt gleich wie klassisch bei uns in der kindheit starten weil da liegen auch sehr sehr viele dinge die ja menschen erklären und das ist bei dir ja auch nicht anders die eine vorab aufwärmfrage nämlich was würdest du sagen bist du eine feministin und wenn ja seit wann und wann wurde dir das klar ja ich bin eine echte wasch echte feministin und jetzt sind nur noch 300 leute die zuhören oder schalten noch mehr ein weil jemand sagt da kim seidler erzählt vom feminismus nein spaß beiseite also ich bin tatsächlich unbewusst feministin seit dem sechsten lebensjahr da habe ich nämlich zu meiner mutter gesagt mensch trenne ich doch von meinem vater auch als sechsjährige das wird schon ist schon bezeichnen aber so richtig verstanden glaube ich habe ich das erst mit mitte 30 man darf ja auch nicht vergessen früher war eine feministin zu sein das war ja ein schimpfwort feministin war damals als alice schwarzer war ja auch von den männern verhasst ebenso auch von meinem vater verhasst oder belächelt von oben herab ich glaube mein vater war auch feminist schließlich öffnete er die beziehung nach 14 jahren mit meiner mutter zu beiden seiten und nicht wie vorher nur zu seiner seite mein vater ist recht viel fremd gegangen kann ich ja jetzt schon mal so direkt spoilern und dann hat er irgendwann später zu ihr gesagt als großer gönner ja du darfst jetzt auch das ist ja gleichberechtigung kann jetzt schon sagen ich bin nicht so ein fan von deinem vater aber das da können wir ja gleich dazu erzählen nein aber es ist ja fair zu sagen wenn man in der offenen beziehung lebt dann zu sagen willst du auch okay dann haben wir ein deal aber so war es ja auch nicht ganz nee genau da kommen wir und deswegen hast du aber als kind geschnallt da läuft irgendwas nicht richtig und jetzt muss ich meiner mutter sagen schmeißt den raus genau aber auch noch mal ich habe viele viele jahre lang auch männer nachgeplappert ja ich habe auch über im manzen geredet ich habe auch über diesen komischen feminismus nein ich bin keine feministin so wie angela merkel ja auch noch vor ein paar jahren gesagt nein um gottes willen also feministin bin ich nicht bis sie sich damit beschäftigt hat denn der oberbegriff feminismus sagt ja feminismus ist ein oberbegriff für gesellschaftliche politische und akademische strömungen und soziale bewegungen die basierend auf kritischen analysen von geschlechter ordnungen für gleichberechtigung menschenwürde und selbstbestimmung aller menschen jegliche geschlechts jeglichen geschlechts sowie gegen sexismus eintreten und diese ziele durch entsprechende maßnahmen umzusetzen versuchen wikipedia lässt grüßen aber das noch mal zur großen einordnung des feminismus das ist nicht böse sondern es geht wirklich nur um eine eine gleiche eine gleichbehandlung von verschiedenen menschengruppierungen sogar und wir wir engen das ja meistens noch auf die parität dann ein oder auch besonders mit unserem podcast ihn braucht es noch das ist ja irgendwie ein bisschen das tragische es braucht noch feministische bewegung weil wir weil wir da längst nicht angekommen sind also wir sind im feminismus angekommen aber eigentlich in der diskussion also im diskurs des feminismus sind wir angekommen aber wenn es um thema gewalt oder sexuelle belästigung oder ungleiche bezahlung vereinbarkeit von beruf und familie geht da sind wir noch leider immer noch da und da hat sich auch in den letzten jahren nicht so viel also hat sich schon viel verändert ne stichwort alice schwarzer da haben wir auch was zugemacht und hört man die episode rein genau hört man die episode rein aber auch zu deiner zeit in den 80er jahren kam das ja noch mal so richtig auf ne du bist du bist ja auch geboren in den 80ern nämlich 83 83 genau und wir haben jetzt schon so eine idee bekommen wie deine beziehung zu deinen eltern war beziehungsweise die beziehung zueinander aber wie bist du aufgewachsen was 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 haben dir deine eltern so vorgelebt oder mitgegeben wie kam es dazu dass du mit sechs jahren sagt dass nee der nicht mehr egal ob das mein papa ist oder nicht und natürlich auch damit die verbunden die fragen wie warst du so als kind okay ich gucke mal ob ich alle drei auf einmal beantwortet kriege ansonsten musst du ich habe das fähnchen das sieht ja keiner also kurz und knapp im patriarchat mit versuchtem feminismus warum versuchter feminismus also ich habe lange die probleme von meiner mutter gar nicht verstanden weil ich fand sie war eine taffe frau hatte haare auf den zähnen war auf eine gewisse art auch rebellisch und war allerdings doch im patriarchat gefangen sie wuchs in einer noch frauenfeindlicheren zeit als ich auf als wir beide aufgewachsen sind ihre bestimmung durch meine großeltern ihr könnt auch gerne mal die episode von meiner oma reinhören die war also meine mutter sollte eine hausfrau und mutter sein also sie sollte auch nach der hauptschule abgehen meine mutter hat gebettelt und gefläht dass sie auf die realschule durfte und dort hat haben sie ihre eltern dann aber relativ zügig dann runtergenommen weil es eine verschenkte zeit für eine frau ist oder war also in den augen von meinen großeltern meine oma by the way wir haben ja drei generationen die noch leben lebt seit über 70 jahren in einer überwiegend unglücklichen ehe und das unglück der nicht selbstbestimmten lebensweise der frauen in unserer familie das hört nicht auf bei meiner mutter und das hört auch nicht auf bei meiner oma sondern betrifft sehr sehr viele frauen in unserer familie hat zu sehr viel streit disharmonie in der familie beigetragen die die frauen waren also gerade die älteren frauen waren in einem ehegefängnis und damals brach man da als frau auch nicht aus man versauerte darin man musste es aushalten das war auch gesetzlich so verankert da konnte auch es war wahnsinnig schwer und es dann 1976 glaube ich die gesetzesänderung kam das haben meine großeltern oder meine oma gar nicht mitgekriegt meine mutter ließ sich ich glaube kurz welche gesetzesänderung ach die gesetzesänderung dass du zum beispiel nicht mehr per gesetz als frau zuständig warst für den haushalt also für sauber machen und putzen und auch für die kindererziehung und ich bin mir jetzt unsicher ob die vormundschaft da auch gekippt wurde vom mann für die frau aber kinder sorgerecht und all das das hatte der mann zu bestimmen nicht die frau also die frau hatte einfach so gut wie keine oder sehr wenig rechte er sieht ehe für eheliche ja genau das war auch noch exakt das wurde dann ja von der spd unter helmut schmidt gekippt und meine oma ja die musste aufgrund des drucks vom mann aber auch von der gesellschaft dann zu hause bleiben als die zwei kinder da waren das hat überhaupt keinen spaß gemacht meine mutter hingegen machte ist schon deutlich schlauer die hat gar nicht lang nach meiner geburt schon ein französisches kindermädchen eingestellt französisches kindermädchen musste immer immer erwähnt werden dass die französin war hast du ein bisschen französisch mitbekommen oder war das nicht also es fiel mir schon einfach französisch zu lernen aber damals in der schule fiel es mir auch einfach spanisch zu lernen also ich mochte sprachen einfach ganz gerne mir wurde aber auch immer eingetrichtert dass mädchen gut in sprachen und literatur sein müssen da hingegen aber nicht in mathe in chemie und nicht in physik das war meine präger und das obwohl deine mutter hat das auch so empfunden oder ja tatsächlich klingt noch so ein bisschen ambivalent sie ist ja anders erzogen worden und und wollte dir aber eigentlich auch was mitgeben auch so diese sprüche die du mal erwähnt hast macht dich nicht abhängig von einem mann lernen vernünftigen beruf und so also das das hat sie mir als ab ich glaube als ich sechs jahre alt war schon immer eingebläut mach dich bloß nicht abhängig von einem mann weil sie immer abhängig war von meinem vater und auch noch schlimmer abhängig wurde da kommen wir aber später dazu und also dass das hat sie gut gemacht also ich bin jetzt sozusagen es gab auch zeiten also meine mama war auch ambivalent manchmal manchmal sagte sie mach dich bloß nicht abhängig dann irgendwann als ich so mitte 20 ende 20 war fragte sie auch immer ja wo ist denn jetzt der man und müsstest doch jetzt mal heiraten und an familiengründung denken dann später wieder so krieg bloß keine kinder also ja auch jeder mensch hat phasen im leben das das kann sich ja durch durch gespräche und und diskussionen kriegt man ja auch meistens einen anderen horizont und dadurch verändert man ja auch seine sichtweise mensch nicht man total und sag mal also so ein kindermädchen klingt schon als wärt ihr in so einem richtig als wärst du in einem guten gut betuchten haushalt groß geworden gab es geld bei euch wart ihr wart ihr reich ja exakt also als meine meine eltern lernten sich kennen da war man stellt mein vater stellvertretender bankdirektor das wurde er aber auch nur unter der bedingung dass er selber eine frau und im idealfall zwei kinder also dieses familienklischee vorzuzeigen hat weil er als stellvertretender bankdirektor ein vorbild zu sein hatte das war damals in den 80ern phase oder 70er 80er er hatte eine familie eine junge familie er hatte zwei söhne zwei und drei glaube ich damals eine sehr junge frau die aus aus dem hause raus wollte und das war laut meines vaters ein agreement ich weiß nicht so recht also vor deiner meiner mutter hatte er so ein agreement mit einer jüngeren frau komm ich heirate dich kriegt zwei kinder und das ist so ein bisschen der ausstieg für sie gewesen oder ich wage es an zu zweifeln ob das jetzt der wahrheit entspricht das ist die geschichte meines vaters ja aber für meinen vater war das der karrierehebel also mein vater hat strategische karriereplanung gemacht und dazu gehörte ist dann auch da irgendwie eine frau zu finden und kinder zu zeugen klingt scheiße ehrlich gesagt weil er dann auch die familie verlassen hat für meine mutter die hat er sich die kam in die bank geschwebt weil sie gerade einen entscheidungsfall hatte ihren mann der sich von ihr unbedingt scheiden lassen wollte weil er eine neue gefunden hatte und meine mutter wusste gar nicht ob sie schwanger ist war auch noch ein riesen drama der sie übrigens noch verklagt hatte dass sie ihren haushalt haushaltspflichten nicht nachgekommen sei aber das ging vor gericht nicht mehr durch weil das gesetz ja gekippt worden war zu ihr glück wobei sie sagte sie hat dass man alles sich nicht so ausmalt was da noch so gewesen ist was für uns so selbstverständlich und trotzdem sehen wir gerade na liebe leute draußen guckt euch die shell studie aus dem jahr 2019 an jungen leute die befragt wurden 2019 sagen sie finden das allein versorgermodell total klasse also ganz besonders in den westländern und in den ostländern finden dass viele frauen und männer eigentlich gar nicht so cool du siehst eine andere tradition steckt dahinter also shell studie mal angucken und dann wundert ihr euch wirklich in welche dass wir irgendwie gerade dabei sind eine rolle rückwärts zu machen und meine biografie by the way soll ich bitte auch noch mal die konsequenzen aufzeigen was es heißt von einem allein versorger abhängig zu sein der seine macht missbraucht die abhängigkeit ne dein vater fand das irgendwie toll dass er der allein versorger war aber irgendwann war es ja oder konnte er das ja nicht mehr magst du mal erzählen was passiert ist als das dann genau passierte als er meinte er ist unantastbar und er schafft das alles man muss sich ein bisschen noch mal warum habe ich mit sechs jahren eigentlich meiner mutter gesagt sie soll sich trennen also die haben sich wahnsinnig viel gestritten sehr sehr viel geweint wir lebten eigentlich in sausen braus nach außen hin war alles super wir hatten eine fette villa die dicken bmw ist vor der haustür die pelzmäntel die sie trugen nach außen war alles perfekt schick und mein vater hat aber business sein business netzwerk und in diesem business netzwerk war es in seinem obenkreis und ich glaube ich habe es auch von anderen ecken und anderen companies oder auch branchen gehört war es damals usos einen handschlag einen vertrag handschlagsvertrag zu besiegeln in dem man zusammen in den puff gegangen ist also so männer zeug gemacht hat wird jetzt nicht alle männer in einen einen topf werfen wollen aber es ist nun wenn männer business und so ein buddy business und netzwerk was man sich bildet man geht golfen also frauen kommen jetzt selten mit ja genau nur das außer die die dann genau die tanzen auf der bühne aber das ist schon so ein männer ding ja weil man hatte man hatte sich dann angeblich in dem griff dass man dass man sich nicht verplapperte weil dann könnte man ja auch der frau dann verraten dass man zusammen puffer genau also meiner mutter ging es nicht gut weil meine mutter hatte dann das erste mal untenrum probleme die sie vorher nie hatte weil dein vater das angeschleppt hatte durch seine diversen okay ja und wenn du dann finanziell komplett abhängig bist von so einem mann dann ist das natürlich schwierig weil du nicht weißt wie du weg kannst also internet gab es damals auch nicht heute weißt du sofort ich google jetzt frauen haust und dann haust du ab mit einer tochter das war damals nicht möglich außerdem der gesellschaftliche druck auch was sollen die leute denken also hielt sie das relativ lange sogar noch aus so fast 14 15 jahre insgesamt ja genau meine halbbrüder kamen hin und wieder auch zu besuch die mochte mich gar nicht die haben mich auch immer gemobbt weil sie halt mir auch die schuld an der trennung natürlich gaben kinder sind nicht so richtig genau ja und keine frau und kein mann wurde damals vor der geburt eines kindes in pädagogik trainiert auch heute ja nicht ich bin ja übrigens für den eltern führerschein für alles gibt es zertifikate aber eltern sollen intrinsisch automatisch wissen was gut für ihre kinder ist das halte ich für den größten bullshit naja also bis zum siebten sechsten lebensjahr lief bei mir alles rosig und dann hast du gerade angesprochen gegen mein vater pleite das heißt konnten eingefroren von heute auf morgen kein zugriff mehr auf geld dann relativ schnell folgte die zwangsversteigerung der villa die autos wurden weggepfändet und ihr musstet ja dann irgendwo umziehen wo musstet wo seid ihr dann hin wir sind dann in ein anderes dorf gezogen also in einem vorort von hamburg und haben dann ein kleines haus mieten können und ursprünglich hätten wir das irgendwie noch teilen müssen das war dann aber nicht so und ich fand das auch ganz toll also mein vater und meine mutter haben mich da wenig spüren lassen es war einfach so so wir ziehen jetzt um wir haben neues zuhause gefunden und schön ist es na also die haben mir da relativ gut ich ferngehalten von den sorgen oder der versuch zumindest war da und löblich aber du hast es natürlich trotzdem mitgekriegt ja also mein vater hat sehr gelitten der hatte auch ich erinnere auch noch dass er drei wochen lang im bett lag noch und die decke angestarrt hatte weil das darf man auch nicht vergessen mein vater ist ja ist ja mal wer gewesen der war auch politisch sehr sehr stark aktiv der war bestens vernetzt in schleswig holstein und der who's who der dieser partei ist bei uns zu hause ein und ausgegangen damals in der villa und ab dem zeitpunkt wo er kein geld mehr zur verfügung hatte kam auch die leute nicht mehr das kann man jetzt deuten wie man will na also man kann man auch sagen ja gut mein vater war jetzt auch nicht vielleicht der freundschaftlichste oder sonst einfach nur ich kann es ja ich lass aber wer lebt denn nachdem man in der villa gewohnt hat seine leute dann in kleines häuschen ein das ist vielleicht auch einfach nicht die die einladung ausgesprochen worden weil also mein vater wollen wir sagen welche partei es ist können wir machen spd genau also auch eine partei des kleinen mannes doch da muss man ja nicht unbedingt eine villa haben um mitmachen zu können im gegenteil ja aber damals damals gab es ja auch noch er hat sich scheiden lassen er hat sich dann für die meine mutter war nicht die geliebte aber für die anderen leute sah es so aus er hat sich dann für die geliebte entschieden er hat sich gegen den job als stellvertretender bankdirektor entschieden ist dann in die selbstständigkeit und auch noch schön in die pleite gerannt das war eine damaligen gesellschaft und ich glaube auch in bestimmten kreisen heute noch einfach fehltritte und dann hat man sich distanziert aber jetzt mal zurück zu dir für dich war das okay deine eltern haben dich da irgendwie so ein bisschen abgeschirmt aber du bist jetzt dann auf eine andere schule gegangen du hast ja auch erzählt dass du ein schüchternes kind warst und und wie wie war das für dich auf einmal auch eine komplett andere schule komplett anderes umfeld was was hast du da mitgemacht auch und wie ging es dir da ich meine ja du hast deine mutter gesagt sie soll sie soll sich trennen also das hat was was geht in einem sechsjährigen kind dann vorne also ich hatte einen besten freund ich hatte noch eine geburtsfreundin ich war übrigens damals doppelt so groß also ich bin mit 4550 gramm auf die welt gekommen ich war ein richtiger klopper wow richtig heftig das ist eine total zierliche frau und mein vater übrigens auch also sei immer so aus als wäre ich adoptiert worden das war glücklicherweise aber zu dem zeitpunkt total on vogue dass man adoptiert das heißt du dachtest die leute denken auch dieser adoptiert ja kann manchmal leute auf meine eltern zu ach habt ihr auch adoptiert wirklich wie übergriffig apropos übergriffig da kann ich noch eine anekdote erzählen meine mutter war in einem gehobenen restaurant mit mir als baby im baby im kinderwagen und da kam ein älterer mann vorbei beugte sich rüber und sagte oh was ist es denn und sie ja ein mädchen und er vielleicht klappt es ja beim nächsten mal also soviel auch zum zum thema stellung einer eines mädchens was ich aber meinem vater ganz cool fand er hat mir dann irgendwie spielzeug als trecker geschenkt und habe mit mir häufig geboxt weil er unbedingt vermeiden wollte dass ich so eine prinzessin werde das ist aber schwierig weil also ich war ja auch auf bäumen unterwegs und habe geklettert mit meinem besten freund und dann bin ich in die grundschule gekommen und da wurde ich von den mädchen gemobbt weil ich mit einem jungen spielte das wirklich ja du bist wirklich anders aufgewachsen als ich also bei mir ist total cool mit jungs zu spielen also ja auch so cool wie mit mädchen aber ja 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 und ich war dann leider so ein peinlicher mitläufer mir war das ich wollte nicht gemobbt werden also habe ich mich entschieden dann ich nenne sie retrospektiv so ein bisschen zieraffen mäßig sich immer die haare kämmen und hübsch machen und wie so kleine damen sich zu verhalten und damit habe ich mich immer unruhe gefühlt aber das mobben hörte dann auf naja und dann genau dann habe ich noch mal noch mal die grundschule also die grundschule gewechselt und da habe ich dann eine empfehlung bekommen für realschule aber auch nur ganz knapp ich hatte so eine nazi lehrerin so eine kurz vor der rente weil sie noch mussten wir mal aufstehen guten morgen frau e punkt und wenn sie sagte setzen dann durften wir uns erst setzen und und die hatte dann meinen eltern empfohlen ich soll mal lieber eigentlich auf eine hauptschule da gehöre ich eher hin mein vater und das auch wieder cool er hat gesagt ich glaube dass die einfach ein bisschen entwicklungsverzögert ist und sie zeit braucht ich habe gehört da gibt so eine gesamtschule ist ein ganz neues konzept war damals gerade ein jahr alt die gesamtschule da sind hauptschüler real schüler und gymnasiasten drin und wir können gucken ob sie sich dann halt weiterentwickelt und wenn dann kann sie nach der hauptschule abgehen aber ich glaube toll toll hat ja auch wirklich dann funktioniert weil ich habe zwar nicht gelernt also gewusst wofür ich lerne als kind ich habe dann immer nur ich wollte immer den besseren kursen sein wurde dann irgendwann gesplittet ab der siebten klasse a und b kurse und ich wollte den besseren kursen sein und dann hatte mein vater auch gesagt so hey mach doch abi ich weiß du willst jetzt schauspielerin werden ich weiß dich dich interessiert das abi nicht aber danke mir wenn du irgendwann 30 bist und dann sagst du willst doch mal doch noch mal studieren das war aber hier sehr gut ich war halt ein schüchterndes kind und in der fünften und sechsten klasse wurde ich noch mal richtig heftig gemobbt also neue würfelungen der klassenkonstellation und ich war ein ganz tolles mobbing opfer weil ich halt schüchtern war und meinen mund nicht aufgerichte und auch immer weggerannt bin ich hatte einen richtig tollen fluchtinstinkt das heißt die kids die mädels jungs waren nicht dabei sondern tatsächlich auch wieder mädchen die hinter mir her liefen mir in den hintern traten und riefen du dickes tier ist heute übrigens ein running gag mit einer freundin weil die eine die mich gemobbt hat mit der bin ich sehr eng befreundet alles hat seine zeit aber ich wollte nicht mehr in die schule gehen mir ging es schlecht warst du denn wirklich übergewichtig ich war immer am rande also ich habe auch die kinderärztin meinte zu meiner mutter ja wir können sie ja mal auf so eine abspeckkur schicken meine mutter mich aber ins tennis camp geschickt also ich hatte schon ich war ich war nie fett leibig oder auch mein bmi war nie zu doll aber es war immer immer an der an der kante sage ich mal so genau das normal das war teil des mobbings dann das war das war der fokus das genau und das lustige war aber ich wurde auch von einer gejagt auf dem schulhof die genauso optisch war wie ich aber es war egal weil ich hatte einfach angst ich habe ich bin gerannt also das was rola el halabi auch erzählt hatte mit schweinchen in der mitte tourenbeutel wegnehmen auch das kenne ich auch das kenne ich das änderte sich aber als meine mutter mich so lange ausquetschte bis sie dann bis ich sagte ja ich werde gehänselt in der schule ich werde gemobbt und sie dann meinte okay wer ist es und dann habe ich irgendwann den namen gesagt von einer federführenden und bei der anderen hat mein vater mir dann geholfen und meine mutter ist dann tatsächlich zu der nach hause gefahren hat gesagt hallo wir haben hier ein problem ich möchte mit ihnen und ihrer tochter jetzt ein gespräch führen und es war krass weil ja hammer respekt von meiner mutter und und die frau ist aus allen wolken gefallen war selber lehrerin und meinte hä töchterchen du wurdest doch selber hier gemobbt wie kannst du denn weiter das weitergeben aber ich kenne es von mir selber auch weil noch eine kurze anekdote wir hatten bösartigen humor zu hause und diesen bösartigen humor habe ich auch dann in der 7 8 9 10 klasse komplett an meinen mitschülern ausgelassen ich war immer die schenkelklopferin alle leute haben sich immer feucht gemacht vor lachen wenn ich irgendjemanden wieder fertig gemacht habe verbal und deswegen genau und die andere da meinte mein vater okay wie sieht die denn aus was kann die was macht die denn ja optisch eigentlich ähnlich aus wie du dann drehe ich doch mal um und sagt hey du bist genauso fett wie ich und das habe ich gemacht und ab dem zeitpunkt wurden wir freunde das glaubst du das einfach mal gegen welche strategien findet man einfach das wort erheben und zu sagen selber selber das hilft ja manchmal dann doch irgendwie interessant also bei mir hat es auf jeden fall geholfen ja ich wurde dann übrigens das beliebteste mädchen weil irgendein junge mit mir unbedingt zusammen sein wollte und alle so die hat die erste die ein freund hat also naja kinder sind wirklich manchmal grausam und man man lernt ja auch dann dadurch sich zu behaupten und obwohl du schüchtern war es sich da dann so rauszuziehen und bei euch zu hause war eine menge los also da muss man schon echte stärke haben dieser soziale abstieg der dich ja in ein komplett anderes soziales umfeld gebracht hat dieses dieses mobbing in der schule und dann kam es ja auch zu diesem ja fast rosenkrieg der der rosenkrieg artigen trennung ja deiner eltern wie wie bist du da bist du da zwischen die mühlen geraten oder wie wie war das also das war das war seelisch alles andere als schön für mich klar also wir haben sehr sehr viele scheidungen in deutschland meine eltern waren nie verheiratet aber sie haben sich getrennt und sie haben sich ganz ganz unschön getrennt also es war auch eine toxische beziehung habe ich eingangs schon erzählt mit mit dem fremdgehen meines vaters dann hatte er noch dann als wir pleite gegangen sind kredit auf den namen meiner mutter aufgenommen das hat sie noch mehr in die finanzielle abhängigkeit von ihnen gebracht so das geht doch gar nicht weil sie waren doch nicht verheiratet wie konnte er das denn machen durchziehen sie war ja frei sozusagen von jeglichen krediten oder oder negativ oder schufa oder was auch immer und hat dann auf ihren namen mit in der absprache mit ihr natürlich in der not das wird heutzutage immer noch ganz viel gemacht die ehefrauen das geschäft geht pleite und dann wird ein neues geschäft auf den namen der frau oder tochter oder oder aufgemacht und ja sie hat es dann in der not natürlich zugelassen was heißt natürlich aber sie hat es zugelassen die beziehung ging zu ende weil meine mutter ein mann gefunden hat also die beiden seiten waren geöffnet und meine mutter ist eine treue person eine monogam liebende person und hat dann einen mann gefunden der ihr geholfen hat aus dieser toxischen beziehung rauszukommen mein vater meinte dazu übrigens wie dumm meine mutter sei dass sie nicht zwischen liebe und sex unterscheiden kann da kannst du auch sehen wessen geistes kind mein vater war er betitelt mich auch lebt ja ich glaube schon aber wir haben seit ich glaube zwölf jahren inzwischen kein kontakt mehr ist auch teil deiner geschichte und es ist teil meiner geschichte mit männern und so genau genau also mein vater war auch teilweise unangenehm also ich erinnere auch noch so eine szene da ist er mit mir an der hand mit meiner mutter an der hand sind wir flanieren gegangen das haben wir geliebt am jungfernstieg oder in irgendwelchen städten und immer wenn eine schöne frau vorbeikam blieb er stehen drehte sich um und pfiff so hat er gesagt ja wieso die frau muss doch auch eine anerkennung bekommen dafür dass sie so trainiert und figur betonte kleidung trägt damit bin ich aufgewachsen also ja ganz komplett anders als ich aber das erzähle ich dann in meiner folge ja es hat nicht nur narben auf meiner seele hinterlassen sondern auch narben auf der seele von meiner mutter deswegen haben wir auch die nächsten jahre sehr große schwierigkeiten gehabt miteinander ich war auch eher fokussiert auf meinen vater ich habe leider dadurch und jetzt kommt eine trigger warnung also bitte spul zwei minuten vor wenn du nichts zum thema bulimie also essstörung hören kannst ich habe schon mit zwölf angefangen eine essstörung zu entwickeln erstens durch das mobbing in der schule zweitens das schönheitsideal war damals heroin schick also kate moss also alles was so ihr sehr sehr skinny war dann die ständigen streitereien nicht nur in meinem bei mama und papa sondern auch zu weihnachten war immer ganz besonders buchstäblich alles zum kotzen genau das war irgendwie so zwei dreimal am tag und es war mein ventil und dann habe ich aber zwei gute freundinnen gehabt die auch eine kinderpsychologin also da bin ich meiner mama auch wieder ganz ganz doll dankbar dass die mich echt zum kinderpsychologen geschliffen hat so wichtig ja ein cooler move wenn ich das in dem zusammenhang so formulieren darf und zwei freundinnen die die auch das erste mal zu mir gesagt haben sprich mit uns das ist okay wir verurteilen dich nicht wir lassen also wir wir akzeptieren dich und wir lieben dich so wie du bist und das war wirklich mein halt und dann später ich glaube mit 16 halb 17 hatte ich dann ja einen richtigen freund und der war herz aller liebst und hat mir dann fahrer zusammen gebaut weil er auch so süß war meinte du kannst doch fahrrad fahren du musst doch gar nicht kotzen okay aber er sollte recht haben er sollte recht haben also ich bin dann immer wenn ich gestresst war und wütend war aufs fahrrad gestiegen und zwei stunden mit dem fahrrad gefahren ist keine sportsucht gewesen sondern tatsächlich ein super 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 gutes ventil was mich entstresst hat hey man kommt ja auch noch von a nach b ja das ist ja auch als sportart ja war noch mal ganz kurz zu deinen freundinnen die dich da auch so aufgenommen haben ich glaube die waren auch dann noch mal in dieser phase wo ja wirklich du hast ja auch nicht geschwister gehabt in der zeit ich hatte ja zumindest dann irgendwie dann zumindest bei der zweiten scheidung meiner mutter jemanden an meiner seite um den ich mich auch ein bisschen kümmern konnte ich war nicht allein und dann wirklich freunde zu haben die die sagen hey kommt zu uns jederzeit du kannst mit uns essen warme mahlzeit und so also das fand ich als als du mir im vorwege davon berichtet hast das waren ja so drei freundinnen die die da die tür geöffnet haben für dich um dich auch aufzufangen familie das das ist wirklich auch vielleicht ein stück weit eine rettung gewesen auch durch diese schwere zeit zu kommen und diese zwei davon also die dritte hatte dann auch selber schwierigkeiten mit ihrem elternhaus irgendwann die zwei freundinnen wo ich wirklich sehr sehr viel zu hause war bei denen und auch dann diskutieren gelernt habe und auch verstanden habe hey kinder sind nicht nur automatisch dumm nur weil sie jung sind das das war ja viel auch bei mir eher so der fall und ich habe das geliebt der papa war auch immer so cool dann hat er immer aha ja okay das ist ein interessanter ansatz und plötzlich hat irgendjemand gepupst und also ja ist hier jemand gerade auf frosch getreten oder was so cool und trocken also sehr sehr da habe ich auch noch mal familie in einer positiven art kennengelernt genau ja und in der schule in der oberstufe übrigens also nachdem mein vater mich überredet hat doch in die oberstufe zu gehen habe ich mich noch mal als schulsprecherin aufstellen lassen weil ich gerne den machtmissbrauch von lehrern aufklären wollte und vor und dagegen vorgehen wollte und da habe ich dann gesagt okay also wenn ihr mich wählt also wir waren glaube ich drei oder vier leute also ich mit ein paar freunden dann also wenn ihr wenn ihr mich wählt dann kriegt ihr ein cooler automat ich habe alle alle wahlstimmen gekriegt und hast du deinen versprechen wahr machen können nicht ganz also ich konnte den weg ebnen weil nach nach einem jahr wurde ein cooler automat in der oberstufe aufgestellt aber da habe ich erst mal richtig krasse helikopter mamis und papis kennengelernt die elternvertreter innen die lehrer vertretung alter schwede also ich habe da dann erst mal kennengelernt was ja diskutieren heißt und argumente austauschen eine sache die die mir noch auch in unserem vorgespräch aufgefallen ist du du hattest gesagt durch diesen sozialen abstieg und in eine komplett andere situation die hinein zu begeben da hast du auch gelernt zu beobachten und auch leute zu verstehen andere lebensumstände und hat meinst du das hat auch dazu beigetragen dass das du dann so wirklich kommunikativ wurde ist oder und und auch den mund aufgemacht hast weil du verstanden hast ich muss da und da mit denen diese sprache sprechen und mit denen muss ich diese sprache sprechen dass du dass du das auch so gelernt hast mit leuten zu kommunizieren weil ich dich als extrem kommunikative person ja erfahren und und erlebt habe auch und ich auch so kennengelernt habe was was steckte da noch so drin in diesem ja ja also definitiv definitiv auch gerade dann die unterschiedlichen ungleichheiten in den schichten zu erleben dass das war dann glaube ich auch etwas weshalb mein gleich oder gerechtigkeitssinn sehr stark ausgeprägt wurde weshalb ich dann auch so mich unbedingt als schulsprecherin aufstellen wollte ich habe echt einigen lehrern eine harte zeit gegeben bewusst um mich für für andere einzusetzen und ja und dieses fliegen durch die unterschiedlichen sozialen schichten definitiv also es ist einfacher in der oberen schicht einzusteigen weil du dann halt auch mehr als nötige wörter lernst und auch viele fachchinesisch wörter nenne ich dir jetzt einfach mal die du in der unteren schicht überhaupt nicht verwendest und brauchst so da ist ja du musst bestimmte literaturen beherrschen also meine mutter hat auch wahnsinnig wert darauf gelegt dass ich von goethe und schiller und viele gedichte beherrsche dass ich mich da auch schlau mache um dann in gesprächen auch damit punkten zu können na oder auch politik damit reden zu können das stimmt ja also so dieses dieses sich radikal anpassen ging natürlich auch ein bisschen in die negative ecke durch du hättest auch voll auf die schiefe bahnen gehen können deine form der rebellion rauchen alkohol und wenn ich das sagen darf du hast du hast auch hier und da mal sachen geklaut und und hättest da wirklich auch ziemlich in schwierigkeiten geraten können trotzdem bist du doch wieder auf die bahn gekommen du hast auch ein recht gutes abitur gemacht na also was was war das was dich dann da doch so auf der richtigen bahn gehalten hat waren das deine freundinnen also die die guten und nicht nachgeleifert hast genau also wie bin ich auf die schiefe bahn gekommen als mitläuferin das war ein ganz dummer zufall mit dem klauen ich wollte ja unbedingt badekugeln für meine mutter zum muttertag ich hatte nur 20 fennig und dann habe ich irgendwie drei stück mitgenommen und das hatte dann meine andere die dabei war wir waren ich weiß zwölf waren wir dreizehn dann unbedingt also der der ich sag mal der klassenschlägerin erzählt und die kamen dann tatsächlich auf mich zu mein krass king ich habe gehört du klaust wo klaust du denn alle wirklich in dem ton und ich war halt schüchtern und eher so ich hatte richtig angst vor der und dann meinte ich ja also da und da sie so ey cool lass mal morgen zusammen losgehen ich sag mal den anderen bescheid und dann hatte ich plötzlich die truppe an der backe und war dann drin da habe ich dann auch rauchen gelernt beziehungsweise glücklicherweise im winter konnte man nicht sehen dass ich gepafft habe und da wollte ich dann also krass du raus auf lungen du bist richtig cool und ja im nachhinein lache ich ne und damals war ich so okay hoffentlich geht alles gut hier aber ich wurde habe da eine anerkennung bekommen das war leider auch also die lehrerin hat sich dann stark gemacht hat alle eltern informiert weil wir dann in der schule damit geprahlt haben und später bin ich dann in eine jungsklicke reingerutscht durch 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 den bekannten wo dann auch glücklicherweise da mein partner dann war und da waren wir glaube ich von dienstag bis sonntag halt immer immer trinken und dann hat meine freundin mich damals beiseite genommen die dann meinte du kim ich habe richtig richtig sorge um dich ich glaube du bist eine alkoholikerin kannst du auch ohne und diese dieses gespiegelt zu bekommen das tat weh das war auch bei der bulimie ich habe mich damals übergeben von meinem partner und der hat geweint dieses gespiegelt zu bekommen das hat mich immer berührt also da habe ich dann angefangen darüber nachzudenken und angefangen auch darüber das zu ändern aber auch die kinderpsychologin war so so toll sie hat schon erkannt dass mein vater eine psychose und knacks gekriegt hatte der hatte noch zwischendrin den job verloren der hund musste eingestiefert werden wir waren weg also es ging einfach grundlegend dreckig ich als kind war er so in die rolle der mutter gerutscht und die rolle der kindlichen psychologen und war damit aber komplett überfordert und da hat sie mir hat sie mich so in die hand genommen und gesagt du ist es alles gut ich kann nicht aus diesem irrenhaus sofort rausholen aber vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin meine mutter war so cool die ist dann zu ihrem lebensgefährten gezogen hat mir die wohnung überlassen wo man jetzt auch sagen kann im nachhinein wie kannst du nur duraben mutter aber ich ich habe sie gehasst mein vater hat mich so indoktriniert und mir gesagt was sie für ein schlimmer mensch ist und ich habe meinem vater geglaubt ich war so voller hass gegen meine mutter kann man sich gar nicht mehr vorstellen aber für den zeitpunkt war es glaube ich so in der situation das beste auch was sie machen konnte aber ihr habt euch dann schon auch ein bisschen entfremdet und als du dann nach der schule um jetzt einen kleinen sprung zu machen hast du erst mal gedacht ich muss hier weg und ja bist nicht nur weg sondern ziemlich weit weg gegangen nämlich nach australien so wie 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 ist es dazu gekommen also ich habe gekellnert während meiner schulzeit und habe mir das geld wirklich von vom mund abgespart ich wollte unbedingt weg ich wollte weg von von menschen die macht über mich haben einfach mich entziehen und mich selber finden mich selber entfalten dürfen das war wirklich die beste entscheidung meines lebens ich habe viele entscheidungen selber lernen dürfen ich durfte auch scheiß jobs machen ich habe es aber mit voller leidenschaft gemacht weil ich dachte cool ich entscheide mich dafür ich stehe jetzt aber auch dazu und ich ziehe das jetzt durch es gab natürlich auch eine situation die war auch noch mal lebensverändernd nämlich in the middle of nowhere durch die windschutzscheibe bei 80 stundenkilometer zu fliegen also man kann auch sagen ich bin eine überlebenskünstlerin und ab dem zeitpunkt habe ich mich von allen gesellschaftlichen ketten befreit und andere nannten das dann immer sie ist kim ist so stur starrsinnig eigensinnig und ja ich nannte es ehrlich gesagt freiheit also die von dem druck von außen den du dir vielleicht auch selber gemacht hast du diese was man immer so als gefühl hat klar du hast diesen unfall überlebt es gab ein paar schwierigkeiten aber es war ja trotzdem so dass du dir dann als du dann wieder aufgewacht hast erst hast du ja gedacht denn deine du kannst deine beine nicht bewegen ich bin querschnittsgelähmt es kam dann anders wie wir wissen aber was hast du dir da geschworen in dem moment stichwort freiheit ja ich war schon vorher wieder von meinen eltern gepolt auf ich soll was vernünftiges machen ich hatte kurz gesagt ja ich wollte immer schauspielerin werden und meine mutter sagte nein mach doch was vernünftiges wo du geld verdienst dann studiere doch theaterwissenschaften germanistik und geschichte das war so die ansage meiner eltern ich hätte auch wären die weiterhin vermögend gewesen nie das geld für eine schauspiel ausbildung bekommen das muss man auch noch mal dazu sagen aber als ich da so lag und das ist wirklich so du hast diesen film am ende des tunnels kommt da ein licht und dann hatte ich so die prophezeiung oder den aha moment dass ich gesagt habe okay wenn ich diese scheiße hier gesund überlebe wenn meine beine wieder funktionieren wenn mein körper wieder funktioniert dann werde ich schauspieler werden so drei monate später bin ich losgetobt bin dann nach pers gefahren mit dem lkw fahrer der übrigens seinen job abgöttisch geliebt hat und habe dann gibt es auch ja ja der war vorher studierter und hat alles weggeschmissen und gesagt nee für mich ist das schön im lkw güter hin und her zu transportieren die sonnen den sonnenaufgang und untergang zu sehen und einfach für mich zu sein jeder findet sein element hoffentlich ja jeder soll ja das machen was ihn glücklich macht und das war auch viele viele jahre mein mantra macht das was sich glücklich macht hat mein vater übrigens später auch mal ganz häufig zu mir gesagt und ich dachte so endlich der teilt meine meine gesinnung irgendwann habe ich verstanden nach näher sagt das nur um als floskel um dann wieder auf sich zu lenken aber ja und dann habe ich in australien tatsächlich an der an für theater arts den studiengang vorgesprochen da habe ich mich also das war auch so in dem moment hat sich ein schalter umgelegt auch noch mal was diese schüchternheit angeht ich habe es manchmal immer noch also das legt man ja auch nicht gänzlich ab nein nein also es gibt immer momente wo ich denke ich mache den mund jetzt nicht auf ich traue mich nicht und wie eingangs auch gesagt ich habe dann angst ich habe jetzt auch gerade glühend rote wangen wenn wenn ich jetzt gerade so erzählen den studiengang also ich wurde angenommen einziges problem ist als ausländer musst du 4500 australien dollar also bugs zahlen und dann meinte noch mein damaliger kumpel der war 70 jahre alt also ich finde eh keine frau mehr heiraten wir halt dann kannst du hier kostenlos bleiben habe ich mich aber nicht getraut mich zurück nach deutschland wollte erst mal ein jahr musst du es hier studieren damit du es aus deutschland finanziert bekommst in australien zu studieren über den deutschen akademischen austausch dienst deutschen akademischen austausch dienst genau d a d und nämlich an die stage school weil ganz platt gesagt die nimmt im ersten jahr jeden auf ins zweite jahr wollte ich gar nicht und dann bin ich aber doch geblieben nach einem jahr stage school ich habe gemerkt ich liebe das singen ich liebe auch das tanzen ich hatte da allerdings schwierigkeiten mit meinem einen bein weshalb ich dann auch sagte okay tanzen ist dann vielleicht doch nicht so ganz was für mich und bin dann gewechselt zur schauspiel ausbildung ich habe gut geschauspieler ich habe alle zum lachen gebracht aber mein problem war ich konnte es nicht fühlen und deswegen bin ich auch zur schauspielschule gewechselt und habe dann das fühlen gelernt weil du in der schauspielschule du beschäftigst dich mit dir mit deinem inneren wesen wie bist du was macht dich aus du beschäftigst dich mit anderen du lernst zu improvisieren du lernst ja körpersprache komplett zu beherrschen also eigentlich ist es wie so eine psychologische arbeit auch drei jahre lang an dir selbst gewesen und aber du hast dann trotzdem festgestellt das ist es nicht also du dieses nicht fühlen das kann man lernen aber dann trotzdem nicht fühlen man kann so tun als ob man es fühlt das finde ich und und auch selber ich ja hatte auch mal darüber nachgedacht schauspielerin zu werden und habe aber selber auch angst davor gehabt nicht abgrenzen zu können zwischen meinem meinen gefühlen und dass es dann aber trotzdem nicht so aussieht als als würde ich als würde ich es fühlen sondern spielen und einen guten schauspieler dem nimmst du ja ab dass er es fühlt in dem moment und du hast aber selber ja auch nicht gedacht ich fühle und ja doch 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 also ich habe einen ganz tollen prof professor heinz lück liebe grüße gehen raus wenn sie noch leben gehabt der kam von der hochschule für für schauspiel hier in hamburg und er hat sich also der hat mich malträtiert ich habe irgendwann geheult und gesagt ich fühle es aber nicht und also ja das ist ein anfang weil ich so was soll der scheiß denn wenn man weint beim sagen dann hat dann fühlt man ja doch richtig richtig und der hat es echt geschafft mich also mich durchzukriegen zu meinen gefühlen aber das war eine rittung und dann gibt es natürlich auch noch die andere schauspielart dass du von außen startest und irgendwann das nach innen kommt aber ich hatte da ja eine blockade also war das für mich nicht die richtige art ich habe auch fünf jahre auf der bühne gestanden ich habe es geliebt ich habe komödie gespielt ich habe aber was du glaube ich ansprechen willst ist dieses ich habe elektra gespielt ich habe auch 4 48 sarah came psychose gespielt und das war eine rolle die hat mich voll an meine kindheit erinnert und ich kam da nicht raus ich kriegte den abstand nicht ich habe das 24 stunden 24 7 gespürt und das war richtig gefährlich weil die manisch depressiv war und sich eigentlich das leben nehmen wollte und da ist es genau die rolle von der man sich nicht lösen kann und die habe ich geschworen okay ich mache nur komödie ich mache nur komödie mir scheißegal und habe ich fünf jahre komödie gemacht und dann habe ich tagsüber mal als regieassistentin gearbeitet also immer schon sehr sehr viel gearbeitet früher als kind gekellnert ich habe zeitungen ausgetragen ich habe im solarium gearbeitet war immer keine gute werbung die leute sind auch kam rein und meinten du bist keine gute werbung für ein solarium so weiß wie du bist und naja und dann habe ich das große glück gehabt dass mein theaterleiter der knut damals so lieb war weil ich meinte du ich bin mir tagsüber so langweilig weil ich habe abends immer ich habe glaube ich 600 mal die eine show gespielt 400 mal die andere show und das hat so spaß gemacht mit den mit martina und christian liebe grüße gehen raus weil wir so ein dream team waren die die pointen saßen es war einfach brillante komödie und das wechselt mit spielpartnern ja das kann gut sein es kann gutes niveau bleiben es kann aber auch schlecht werden genau und dann bin ich ins theater management rein und habe für meinen theaterleiter das theater in wobswede eröffnet mit sehr viel schweiß mit sehr viel tränen aber es läuft immer noch und ich war danach richtig angefixt also ich habe manischen vom management ja projektmanagement strategie weil er meinte so ja scheiße ich habe hier die alte mögge rein wobswede gekauft aber die galeristen können im winter die miete nicht zahlen was mache ich jetzt und dann meine ich so ja dann bau doch ein theater rein die leute gehen auch im winter immer ins theater und er so geile idee kim das machst du von wanddurchbruch über programmplanung über wie geht die gastronomie alles gemanagt alles organisiert und das hat mir so viel spaß gemacht dass ich das lernen wollte habe ich berufsbegleitende bwl und wirtschaftspsychologie studiert habe dann aber auch weil das team komplett sich wechselte ich habe dann noch mal l'orio gespielt aber ich habe die schauspielerei plötzlich nicht mehr gefühlt die leidenschaft war weg und dann habe ich gesagt okay hey das waren verdammt geile fünf jahre hake es ab neue ziele neue challenge und dann habe ich den beruf gewechselt dann bin ich ins headhunting das war erst mal das wo ich sofort einen job bekommen habe weil die leute meinten schauspieler können ja am besten lügen und man musste ja geschäftsführer und vorstände besetzen und deren durchwahlen bekommen und ja und da habe ich dann auch gelernt wie viel ein vorstand verdient wie viel ein geschäftsführer verdient dass das auch nur menschen sind die mit wasser kochen und ich habe gelernt dass für diese jobs nie frauen vorgeschlagen werden durften deswegen grüße gehen raus an die bundesregierung die die frauenquote installiert hat ein bisschen gedauert hätte länger gehen sollen aber aber gut ja dann habe ich mich selbstständig gemacht ich habe noch mal eine webserie produktionsfirma gegründet habe aber keine reichweite mit meiner webserie kreiert ich wurde immerhin nominiert mit meinem team ich sage immer ich das totaler quatsch ohne mein team wäre gar nichts möglich gewesen deutsche beste deutsche webserie beste europäische webserie wir haben jetzt nicht gewonnen aber wir wurden immerhin nominiert hey ansehen grüße gehen raus anders gesagt es kommen jetzt stationen der neuerfindung bis wir dann irgendwie versuchen müssen diese kurve zu kratzen aber was was waren so die nächsten meilensteine ich meine wir kommen ja noch zu der zu studio 71 wo wir uns dann getroffen haben aber bis dahin gab es ja noch ein eine wichtige station nämlich in nürnberg stichwort nürnberg genau ich habe dann noch mal ein mba studiert also ich habe erst mal eine ausbildung dann bachelor dann noch mal richtig mit 30 die schulbank gedrückt mit mba saß da mit zehn jahre jüngeren menschen die ganz genau ich habe mich geärgert weil ich wurde nur von einer einzigen frau unterrichtet und bin ich damals zu meinem studiengangsleiter hin und meinte sky bonnie angehen und er meinte ja auch so klischeehaft es gibt heute keine frauen die unterrichten da habe ich gesagt ich schicke ihnen gleich meine exe table limit so vielen frauen weil ich parallel schon für wift gearbeitet habe wo man in filmen television eine internationale organisation die frauen vernetzt die frauen aufs panel holt und habe darüber dann auch ehrenamtlich muss man sagen liebe grüße gehen raus an alle ex wift kollegen und auch noch für die deutschen für die deutsche akademie für die deutsche akademie für fernsehen da habe ich für norddeutschland panels organisiert und darüber lernst du leute kennen also du das ist nicht so unangenehm dass du blind klinken putzen gehst sondern du sagst halt hey ich organisiere gerade ein panel das sind zwei monaten zu dem und dem thema das habe ich mir selber ausgedacht mit einem freund von mir der bühnenbildner war beim film frank gott dem habe ich dann da die panels organisiert und darüber hatte ich ein gutes und tiefes verständnis wie die einzelnen gewerke funktionieren wie medien funktionieren und warum ich habe mich immer hingezogen gefühlt zu medien und so bin ich dann zu bertelsmann gekommen über ein recruiting event da hat mich der geschäftsführer gesehen und der cfo und die haben dann gesagt mensch coole performance hast du nicht lustig bei uns vorzustellen wir haben hier zwei jobs und kannst ja dich auf einen davon bewerben und so bin ich nach nürnberg gekommen ich dachte auch bayern da habe ich ja noch nie gearbeitet cool franken franken also es gehört natürlich zu bayern aber da habe ich auch richtig nur rüffel richtig im frankenländle und so die konsonanten schänder ja ja da lebt meine mutter jetzt grüße gehen raus an mama ja grüße auch an die ehemaligen arbeitskolleg innen ich habe eine richtig tolle zeit gehabt und da habe ich auch gelernt dass männer und frauen gleich behandelt werden können und ja ich habe im job im job ja ich habe so viele zahlen von links nach rechts geschoben dass ich auch ein ja ich liebe daten ich liebe zahlen und das kreative aus der schauspielerei kommt da genauso mit rein weil auch du musst präsentationen halten du musst präsentation aufbereiten du musst auch überzeugen und du musst lösungen finden und dafür benutzt du deine kreativität und deswegen liebe ich strategie ja und dann bin ich rüber zu studie 71 nach berlin bei in berlin habe ich auch noch nicht das musste dann auch mal sein eine glückliche fügung denn da trafen wir aufeinander ich habe mich übrigens auf deinen job beworben ich habe ihn nicht bekommen und im bewerbungsgespräch sagte dann einer der geschäftsführer du gehörst eigentlich da in diesen in den talent bereich da wo wo es darum also das ist so eine ich nenne es jetzt mal liebevoll eine influenza bude wo man sich wo man in vermarktung genau da trafen sich unsere wege und wir haben da gemeinsam beschlossen diesen podcast hier zu starten und das konnten wir auch weil es da ein studio gab und dann haben wir einfach losgelegt und das ist jetzt dreieinhalb jahre ja also insofern war das auch ganz toll und trotzdem für uns auch wieder eine der stationen um dann weiter zu ziehen und du wir sind gut in strategischer karriereplanung also wenn jemand bei uns gecoacht werden will hier hier wir definitiv weil ich also ich komme gleich noch zu zu einem fazit was ich so rausziehen was was dir diesen weg auch was dich da so stark gemacht hat und ich finde wirklich du bist eine sehr sehr starke frau aber so bestimmte dinge an jeder station etwas zu lernen und sich da so rein zu werfen ich glaube das hilft auch sich am ende dann noch mal zu zu sagen und wir sind ja längst nicht mehr in zeiten wo es heißt nur du hattest aber viele stationen das ist aber scheiße sondern wow du hattest aber viele stationen da hast du überall was gelernt dass es kein stigma ist dass man viele stationen hatte sondern dass das man da zum zum generalisten oder genera zur generalistin wird um sich zu rüsten für diese welt die da draußen die arbeitswelt die immer flexibler und fluider und rasanter wird dass das er einem zugute positiv bedeutet wird das würde ich für dich auch sagen ja und wenn nicht habe ich auch gelernt dann ist es nicht nicht das richtige unternehmen für mich oder auch nicht im konzern jetzt die richtige abteilung für mich ja total ja und ja wir kommen zum ende katrin wir kommen wir kommen zum ende aber bevor ich dich jetzt noch frage was du unserer community nicht geben möchtest vielleicht noch so ein kleines fazit das ist jetzt schwierig kim seidler in in einem zwei oder auch drei sätzen aber ich was ich so sehr kindheit prägt aber ganz krass ist das alleine klarkommen müssen und das haben viele kinder deren eltern sich trennen und wenn sie dann alleine sind oder irgendwie erst mal alleine klarkommen müssen dass die auch ein stück weit ein rüstzeug mit hatten und was womit man geboren ist ich glaube viel von dem was in dir steckt ist irgendwie in dir drin dass du diese resilienz hast und dich da irgendwie auch mit hilfe anderer aber du musst die hand ja auch nehmen können die dir gereicht wird dass du das irgendwie hattest in dir dann dieses gefühl ich muss es alleine schaffen weil irgendwie scheint sich gerade niemand so richtig um mich zu kümmern auch wenn deine eltern nun da waren und sich gekümmert haben aber dieses emotionale gefühl die sind gerade mit sich beschäftigt und muss da jetzt irgendwie raus dass du dass du das gelernt dass ich ich schaffe das allein und das hast du auch in vielen situationen natürlich braucht man dann eine reichende hand die sagt komm mal zu uns nach hause hier kriegst du was warmes zu essen und wir diskutieren mal ein bisschen über wer hat jetzt eigentlich hier gepupst am tisch und und jemanden zu haben der der dich auch mal zum lachen bringt und die arme öffnet und sagt hier bist du okay dann der soziale abstieg dieses kommunizieren können auch mit wem auch immer der mir völlig fremd ist da zu zu netzwerkerin kim seiter zu werden das nehme ich so mit und natürlich auch diese diese ich nenne es jetzt mal etwas sehr vielleicht auch übertrieben aber so war es ja auch nahtoderfahrung durch diese scheibe zu fliegen und zu sagen ich schwöre mir wenn ich jetzt hier rauskomme dann mache ich das was ich will und wenn es mir nicht mehr gefällt dann ziehe ich weiter verdammt noch mal das leben ist zu kurz es kann auch morgen vorbei sein richtig dass das ist so in aller kürze ich meine eine stunde über eine person zu reden ist schwierig aber dass das nehme ich jetzt noch mal mit genau und dann aber auch wieder den bogen zu kriegen zu sagen okay weil ich dann auch eine wirklich lange phase hatte wo ich mein geld zum fenster rausgeschmissen habe weil ich dachte so ja morgen kann ich ja tot sein und dann wieder die kurve zu kriegen und zu sagen okay bis jetzt ja doch 30 geworden jetzt werde ich demnächst 40 so was macht dann eigentlich meine altersvorsorge das spielt ja auch bei frauen auch noch mal mit rein wichtiges thema genau und aber auch immer wieder und das kann ich auch als tipp mit mit für euch da draußen mit geben sich immer wieder auf den prüfstand stellen und immer mal wieder auch zu merken was macht gerade mein umfeld wie prägt es mich gibt es positive prägung lachen wir eigentlich genug ich habe mich viel mit robert betz louis l hey auch eine schöne episode die wir über sie gemacht haben relativ am anfang dieses podcast der carnegie the secret also mit sehr sehr vielen psychologischen ansätzen beschäftigt und das mache ich tatsächlich keine ahnung alle jahre wieder und manchmal merke ich auch wenn ich in so ein grumpy cat modus komme zücke ich mein buch das nennt sich das sechs minuten buch und dann schreibe ich morgens drei minuten abends drei minuten was war toll wofür bin nicht dankbar also das das kann ich also ja arbeitet an eurem selbst wertgefühl kann ich auch mit geben das ist wichtig weil ohne ohne das seid ihr viel aufgeschmissen und gebt euch meistens in fremde hände es ist total wichtig an deinen träumen zu arbeiten sie geben euch hoffnung und motivation die brauchen wir um immer weitermachen zu können inspiriert andere ja indem wir helfen wir können auch unsere eigene zukunft positiv gestalten lass dich von niemandem unterkriegen wo docker an an menschen die der gut sind die positiv sind ich klinge jetzt wie so ein psychologie nerd es gibt diese vampire ja die deine energie ziehen und darum es gibt auch die glühwürmchen die 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 kleinen die leuchten und die die strahlen es müssen nicht überstrahlen sein aber es gibt diese glühwürmchen und die die kleine kleinigkeiten und an sich an die anzudocken die zu sehen das ist das ist schon sehr sehr wichtig dann noch als next step appell an den sisterhood ja rede über den sisterhood mit anderen und erzählen was was er dir bedeutet das sisterhood verbreite die botschaft in sozialen medien helfe anderen frauen sich zu verbinden und zu stärken sei ein vorbild für andere frauen und zeige ihnen was möglich ist amen a woman wahnsinn also ich ich fühle mich erschöpft ich also war wirklich ein durch galoppieren weil ihr ihr da draußen ihr könnt euch nicht vorstellen wie lange kim und ich auch über unser leben gesprochen haben jeweils was möchten wir erzählen wie viel möchten wir teilen und wenn wir so miteinander reden dann fühlt es sich so an als ob keiner zuhört aber da hört ja jemand zu da draußen und wie viel von von auch diesen wirklich tiefen abgründen und auch anderen dingen die uns bewegen möchten wir hier teilen und wir haben uns jetzt auf das wesentliche versucht zu beschränken und auch hoffnungsfroh ein bisschen lachen können und euch etwas mitgeben können mit dieser mit teil 1 unserer striptease folge ich möchte danke sagen kim weil du wirklich auch für mich ein vorbild bist in diesem so auch gefällt mir nicht mehr okay wenn es jetzt immer eine flucht ist das gefällt mir nicht mehr und ich möchte hier weg dann wird es auch schwierig aber wenn man genau weiß ich möchte hier nicht mehr sein aber ich möchte gerne da drüben hin weil da ist es viel viel geiler dann nicht gleich diesen reflex zu haben ich pack meine sachen und hau ab sondern um mal kurz zu überlegen immer über die konsequenzen nachdenken können die dessen bewusstsein und auch die konsequenzen dann tragen wenn es nicht so gut läuft also ich nehme ja an da drüben ist es tausend mal geiler die annahme kann sich bestätigen ist sie kann sich aber auch nicht bestätigen wir haben es ja auch schon erlebt dass wir irgendwie in einen job reingegangen sondern mega geil und irgendwann dachte man aha naja ist auch nicht alles gold was glänzt das war wohl nichts okay aufstehen direkt abputzen und dann sich was anderes überlegen vielleicht einmal diese schleife zu drehen wenn man guten mentor oder mentorin hat immer super weil die waschen einem den kopf und die sagen auch mal ist es wird alles gut ja das christi hin folgendes machst du jetzt das hilft dann auch und ich glaube wir haben beide so so solche personen in unserem leben wirklich wichtig sind ja ja ich wollte dich gerade fragen wen möchtest du das nächste mal vorstellen aber das wissen wir ja nun auch genau das nächste mal werde ich mich deinen fragen stellen und ich bin auch schon sehr aufgeregt und gespannt und freue mich auch aufs nächste mal und bis dahin würde ich sagen bleibt gesund und munter achtet auf euch und andere und genau wir hören uns nächste woche bis zum nächsten mal bis dann